Das ist es also das neue, ganz spezielle Schuhwerk von Francesco Totti. Ganz speziell zum einen, weil es natürlich auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist und weil es weltweit nur 3000 Stück davon gibt. Beim Design hat sich Signore Totti natürlich nicht nehmen lassen, selber seine Ideen mit einfließen zu lassen. Deshalb auch wieder die Zunge, weil er sich selber sagt, ich komme mit der Zunge perfekt klar, ich will deine Zunge haben und deswegen hat er sie auch bekommen. Da Francesco Totti natürlich auch für einen Kämpfer steht, hat sich Nike etwas ganz spezielles einfallen lassen und ein eigens für Totti kreiertes Logo designt und hat es sogar geschafft, die legendäre Nummer 10 mit einzubauen. Was die Chromdetails angeht, hier verbindet Nike das Ganze so ein bisschen mit den Waffen eines Kriegers und da der Schuh ansonsten relativ schlicht daherkommt, ist es natürlich ein geiles Special. Genauso wichtig wie das Design war es Francesco Totti natürlich auch die perfekte Ballkontrolle zu haben und die bekommt ihr hier durch das super weiche Premium Leder. Alles in allem also ein richtig geiler Schuh für einen richtig geilen Spieler und wenn ihr einen davon haben wollt, müsst ihr brutal schnell sein, denn wie gesagt, es gibt nur 3000 Stück weltweit. Für mich war es das heute, bis zum nächsten Mal, ich bin raus, euer Matze, ciao.